Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 12 Days of Let's Play zusammen mit der Caro und dem Rocky. Wir haben uns entschlossen, auch wenn wir Minecraft schon gezeigt haben, zeigen wir euch jetzt eine Folge mit Minecraft Gravity auf dem IVE-Server. Genau. Vielleicht sollten wir ganz kurz dazu sagen, es waren eigentlich noch ein paar andere Spiele geplant, aber eins davon hatten wir vorher selbst noch nie gespielt, weil es quasi auch erst rauskam und wir müssen sagen, es war mega super nervig. Und das zweite Spiel, was wir heute spielen wollten, war Tabletop Simulator, vielleicht mit UNO oder sowas, aber irgendwie hat bei mir gestern Abend der Download nicht funktioniert und mir ist jetzt einfach aufgefallen, dass ich das Spiel gar nicht habe. Und auf die Schnelle funktioniert es jetzt nicht mehr so. Wenn ihr aber trotzdem wollt, dass wir vielleicht mal eine Runde Tabletop spielen oder UNO oder so irgendwas, dann schreibst du einfach mal in die Kommentare und dann können die Dani und ich da sicherlich noch mal drauf eingehen. Bestimmt. Wenn Jenny das möchte. Aber sie möchte nicht. Ist okay, ich habe es schon verstanden. Was? Ja, genau. Nicht füßen. Du bist Füße. Füße. Füßen. 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 Marissa, nick dir Füßen. Wer will mit mir Füßen? Ich. Ich komme vorbei. Ich nehme Jenny. Oh, nur weil sie weniger stinkende Füße hat. Ja, das stimmt allerdings. Boah, meine Füße stinken echt total. Die Müffeln hart. Ja. Voll die Müffeln. Als ob du das noch weißt. Als ob du jemals an meinen Füßen gerochen hast. Also, die haben bis zu meinen Trabanten gerochen, ey. Ja, genau. Bis zu ihrem Trabandel. Genau. Drupeldibub. Drupeldibub? William, wo bist du? Drumherum. Wo bist du? Bibo bin ich. Welche Nebel? Au, bei der Letzten. Da wo du gerade bist. Ich hab dich gerade kurz gesehen, aber ich schaff's nicht. Ich bin zufrieden. Ich hab's geschafft! Nein, das steht noch nicht da. Zweiter. Ja. Guck, ich bin Rockart. Rockart? Ja, Rockart Punkt. Feiern wir mal Rockart, William. Was? Rockkart. Was ist denn eine Rockkart? Wie Go-Kart? Anscheinend nur rockige. Oh mein Gott. Das hat Zusammenhang. Oh, guck mal. Jenny C. Jenny C. Und Matthäus. Matthäus. Aber Hauptsache, Caros Name ist ganz da. Na. Was? Weil du gut und doof bist? Nein, weil ich gut bin. Du bist doof. Jenny. Caro ist nicht doof. Caro ist voll toll. Bisschen doof ist sie ja schon irgendwie. Gar nicht. Ja, doch. Das passt schon alles. Lass die Caro in Ruhe. Nee. Genau, lass die Caro in Ruhe. Sag die Caro. Du hörst jetzt deine Schnauze, weil ich mag die Geräusche, die du machst, und deine Schnauze hörst. Okay. Kannst du bitte wieder was sagen? Ich mag die Geräusche, die du machst, wenn du nicht deine Schnauze hörst. Guck, guck. Caro. No, danke. Mich möchtest du nicht hören. Habe ich jetzt auch verstanden. Oh, Jenny. No. Ich weiß gerade nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich musste gerade krass lachen. Du hast ihr Kuckuck. Ich habe sie denied. Ist einfach so. Gehen wir aus der Runde raus eigentlich und fangen eine neue an. Äh, ja. Raus. Raus. Rein. In die 21. Äh. Jo. Fallen. Let's go into the 21. Yeah. 21. Wow. 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 Oh, it's so amazing. It's such a cool shit. Das ist eine coole Scheiße. Ja. Bitte hier einblenden. Ja. Jenny. Jenny. Nee, nicht du auch noch. Boah, ich finde das ja so richtig schlimm, ne? Jenny. Ich bin ein Familienmitglied und die heißt Jenny und meine Oma nennt sie immer Jenny. Ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Das geht einfach nicht. Du kannst auch niemanden, der Jenny heißt, Jenny nennen. Jenny. Ich wurde immer nur Jenny oder Jennifer genannt. Wie? Jennifer? Von wem denn? Meinen Großeltern. Von mir. Nee, das geht nicht. Jenny braucht einen Erwachsenennamen. Du bist Karl-Heinz Günther. Natürlich bin ich schon durch, was erwartest du von mir? Jenny, bist du schon durch? Durch die erste, ja. Oh nein, warum seid ihr denn so gut? Weil du nicht so gut bist, haha. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße. Hey. Ach, das gibt's doch nicht. Vor allen Dingen Jenny. Du Rammelpeter. Gib mir mal einen Arm, bitte. Ich komm nicht durch. Und wer das jetzt nicht kannte, der muss unbedingt den Trommelpeter nachgucken. Ich weiß gar nicht mehr von wem das ist. Von irgendwem war das. Nur von wem? Ja, ich bin gerade voll am Überlegen. Hey, warum komm ich da nicht hoch? Weil da ein Überhang ist. So. Oh, ich bin direkt... Nein! Ah, ich bin Zweiter geworden. Schon wieder. Weil Caro Erster geworden ist beim ersten Mal und es mir nicht gegönnt hat, dass ich Erster werde. Weil ich besser bin wie du. Nein, weil du richtig kacke bist. Ich bin besser wieder. Wo bist du denn überhaupt? Guck mal hier bei der zweiten Map erst. Zweite Map. Guck wie ich die gemeistert habe. Wie ein Fabo. Ja, und ich bin schon lang fertig. Wie ein Fabo. Du bist in der zweiten Map und ich bin Zweiter. Das ist einfach ein riesiger Unterschied. Wettgeroastet. Bitch. Äh, Entschuldigung. Woll ich nicht... Oh, du hast mich bitte. Ups. Rocky! Ich bin zu weit. Jenny! Nein! Ab in die Ecke. Nein, ich möchte nicht. Ab in die Ecke. Ich bin schon wieder Vierte. Da kommst du nicht hoch, Caro. Ich komm da hoch. Da muss ich hin. Ja, ich weiß. Aber ich schaff das einfach nicht. Guck wie du es nicht geschafft hast. Äh. Caro, etwas am Rand bleiben. Ja, will ich ja. Und dann einfach... Aber du schaff das nicht. Ja. Fast. Spring mal auf den zweiten... vom Rand weg. Dann kommst du... Und dann gerade hoch bleiben. Oh. Oh. Hast du es jetzt mal geschafft, Caro? Jetzt! Sei mal! Du bist nicht so gut wie ich. Nee, du bist so weit in der Mitte. Oh! Guck wie sie so verkackt die ganze Zeit. Jenny, er ist gemein zu mir. Ja, ich weiß. Ja. Er ist Rock. Er ist Rock. Sein Kuchen... Jetzt! Halt... Halt die Furgeta-Luke. Nein! Caro! Wie geht das denn? So! Nächste Map! Nee. Oh, ich bin schon bei der nächsten. Oh, Leia. Sie hat übersprungen einfach. Wie geht das denn? Ich hab die gemeistert. Ja, wenn du oft genug failst, dann kriegst du Gnadenstöße. Na. In die nächste Map. Stoß mich! Nein, ich stoße hier gar niemanden. Ich rede doch nicht mit dir. Nee. Guck mal, gewonnen! Ja, als ob! Oh, Mann! Ist euch mal aufgefallen, dass das Game Over da an den Farben von YouTube dasteht? Nee. Halt! Oh, nein! Geht weg! Was war das eigentlich? Geht in die drei! Da kam die Katze. Welche Katze? Ja, genau die. Welche andere denn? Mau. Da hat gerade eine Katze maut. Wo? In der Lobby! Du kennst dich damit nicht aus. Aber ich hab die Sounds aus. Ja, wieso hast du denn immer die Sounds aus? Weil ich eh schon dich ertragen muss. Wow! Alter, jetzt brauchst du aber aus. Also den hast du, der war nicht schlecht. Aber anstatt auszupacken, könnte sie sich mal auspacken. Ui, bitte. Ja? Ja? Das heißt nicht zusammen. Jeder will das sehen. Niemand! Du willst das als einziger sehen. Ja. Alter, bin ich kack! Jetzt bin ich abgelenkt! Blöde Themen because of Kopfkino. Ja, ja. Denk halt nicht an. Ja? Nee, mach ich nicht. Mach ich nie. Ja, ja. Den ist halt echt dumm. Hä? Wo muss man denn da hin? Ins Wasser! Ins Wasser, ganz nach außen, Jenny! Mach einfach ein paar Sprünge nach außen. Ich auch! Gar nicht! Ich bin jetzt bei der ersten Map. Ah! Das! Wieso bist du bei der ersten Map? Ah stimmt ja, weil du ein bisschen Kackebiest! Ah, Jackie! Niemand kann dir helfen! Oh, wieso? Oh, Caro, guck mal wie der schon im Ziel ist! Wo muss man denn bei der zweiten hin? Oh! Oh! Ins Wasser, Caro! Gut möglich! Wenn man trifft! Gut möglich! Wenn man trifft! Wenn man trifft! Gut möglich! Gezeihstelle! Was hab ich denn gemacht? Du älst mich nach! Gewonnen! Oh nein! Oh nein! Das schaff ich doch nicht! Wie denn? Ja! Ja! Das schafft man! Ich hab geskippt! Oh, da springt man nochmal! Ja! Ja! Sehr schön, Caro! Musst du nicht das mal da doppelt springen! Ja! Da musst du doppelt springen! Wie? Sehr gut, Caro! Endlich bist du mal ansatzweise so toll wie ich! Dein Meister! Ja! Kochen mit der Rommler! Nein! Rommeln mit Rommler! Möchtest du da mal mitmachen, Jenny? Nein! Ich bin der Rommler! Okay! Ja! Reicht! Möchtest du wieder Leute wegpiepen? Piep! Soll ich ein paar Wörter sagen, die dich zum Wegpiepen veranlassen? William! Ja bitte, liebste Jen-Jen! Sie meinte das nicht! Jetzt hör auf! Bist du schon im Ziel, Caro? Stille! Red lieber wieder über Jenny! Bei mich wird nicht geredet! Fresh! Excited! Letzte Map-Experience! Du bist Taka-Wayer! Nächste Runde! Ich kann nicht mehr auf Rubbeln! 15! Ja, wir sind noch nicht! 15! Wir können nicht raus! Seid ihr schon drin? Nein! Oh, dann geh ich wieder raus! Schnell! Ja, geh raus! Oh Mann! 25! Warte doch! Wir sind... 8! 8! 8! 8! Jawohl! Hallo! Ja, geh weg! Möchtest du mit dem Rommler rommeln? Nein, geh weg! Rocky! Ja bitte! Allerliebste Jenny! Wenn ich dich noch einmal ermahnen muss, ne? Oh! Was ist denn dann? Dann fliegst du! Oho! Wohin denn? Zu mir! Ja, genau! Zu dir! Gleich in Gravity! Nein! Da flieg ich sowieso! Lass es einfach! Den letzten hebe ich mir auf! Okay! Ja! Lass es einfach jetzt! Liebste Jen-Jen! Nein! So brauchst du jetzt gar nicht kommen auf diese Tour! Das hilft sonst immer bei ihr, Freunde! Au! Also wenn ihr irgendwas von Jenny haben wollt, dann müsst ihr ihr immer nur Jen-Jen sagen! Und wie dolle lieb ihr sie habt! Au! Au! Was war das denn? Jenny, schaffst du das? Ich hänge den Spinnenweben! Ich schaff das nicht! Ich hab die erste Map ja geschafft! Echt? Ich bin nicht die ganze Zeit still! Aber das wär toll, wenn du's wärst! Nee! Ich hänge den Spinnenweben! Oh nein, dann struggle! Hast du's ja quasi geschafft! Was? Quasi! Es dauert nur! Ah! Struggle! Doodle! Alter, ich glaub da kommt man gar nicht durch! Doch, da kommt man durch! Nur du kommst wieder mal nicht durch! Ich komm wieder nicht rein, wie immer! Weil ich ein Lappen bin! Hör auf! Ich glaub Jenny muss dich sonst nochmal ermahnen und du weißt, was da passiert! Was hat denn das jetzt mit irgendwas... Hä? Hä? Ja ins Portal! Ja eben! Mensch! Was geht? Oh, schön, dass die noch nen Pfeil machen, wo das Portal ist! Ich hab gewonnen! Hast du nicht! Du bist schon wieder Zweiter nur! Also ich war ja schon mal Erster! Ja, aber dafür war ich schon dreimal Zweiter und du sonst immer Achter! Das ist echt schlecht! Nicht mal auf der Liste! Bist du Kacke! Du bist Kacke! Du Kacke muss man mal sein! Hä, bei welcher Map kamt ihr jetzt nicht durch? Eins! Da wo Caro gerade gestorben ist! Eins! Achso, ich seh sie ja nicht! Also bei der Eins! Wieso siehst du mich denn nicht? Ja ich komm! Nice! Jenny ist auch schon wieder im Ziel, Caro! Wo bist du denn? Ich bin bei drei! Ja! Vier! Nee! Ich bin so gut! Boah, Caro hat voll gecheatet! Gar nicht! Ich verfliege! Jetzt zieh hinter Bretto! Hallo Bretto! Der heißt Bretto mit P! Nicht Brett! Warum muss der nicht fest tun? Nee! Lass bitte den aus dem Spiel! Caro jetzt schnell! Vierter Platz! Ich hüpfel doch! Schnell! Schneller! Ja! 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 Neuerwehr! Bretto! Bretto! So! Sagen wir dann mal an dieser Stelle! Tschüss! That it was! With the Volke today! I hope you had Spaß! And give a Daumen nach oben! Till the next time! Bye bye! And over! That was perfect English! Bye bye! Bye bye! Bye bye!